Ja, Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von meinem Let's Play von Overwatch, yay! Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe jetzt mal zwischendurch eine Folge aufgenommen mit ihr da, mit Orisa, mit der kann ich ja gar nicht spielen, die Folge werde ich auch nicht nehmen. Ähm, ich werde jetzt nochmal abwechselnd, ähm, Tank-Angriff-Heiler nehmen, ähm, Konfigurationsgeschütz... Hä? Okay, das war hier draußen, oder was? Ähm, mal gucken, ich muss noch mal, was der kann... Konfigurationsaufkleber... Ah, so, der heilt ja sich... Tuberkuloses! Okay. Knapp... Knapp vorbei ist auch daneben, gell? Okay. Ein bisschen scheint ein bisschen besser zu laufen als die alte in der letzten... Wie gesagt, ich habe es nicht... Ich habe es zwar aufgenommen, aber ich werde die Runde nicht nehmen. Das war zu dumm. Ich habe fünf Kids oder so gemacht und bin 15 Mal gestorben. Ziele ist eigentlich... Ähm... Was kann der eigentlich noch? Ah, das ist... Ziele ist es eigentlich, in jeder Klasse zwei Helden zu finden, mit denen ich spielen kann. Ja. 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 Ja, das ist alles zu vertreten. Ich will die reißende Kraft! Oh! Ich war gerade ein bisschen doof, was ich da gemacht habe. Doppelkill, nice. Ähm, woher? Kann der Leid? Pff, was ist das denn? Okay, es war alles dumm, dass ich das jetzt gezündet habe. Ah, ich kann fahren. Du rennst mir nicht weg, mein Freund. Das war mein Geld. Okay, Bestchen ist auch cool. Daneben. Ach, die Fracht hat mich zur Seite gedrückt, okay. Die Fracht hat... Um Heilung brauche ich mich ja gerade gar nicht kümmern. Okay. Ich habe ihn... Ich habe ihn gekillt und er hat aber im letzten Moment noch seine Ultimo gezündet. Okay, mit Bestchen macht das auch relativ viel Spaß gerade. Vor allem wenn du einen guten Heiler hast, brauchst du dich über gar nichts zu kümmern. Aber wenn er so durchsichtig ist, ist der ja, ähm, unzerstörbar. Weiß ich natürlich auch nicht, was die für welche Funktionen haben. Das muss ich mir das jetzt... Deswegen ist das ganz gut, mal alle zu spielen. Okay, der war instant down. Das ist gemein. Das ist ja gemein. Alter. Ich danke dir. Ich brauche Unterstützung. Dieali... Die reißende Kraft. Ja. Oooo. Ah, ich hab noch seine Mine zerstört, auch noch. Aber wir haben gewonnen, oder was? Nee, er steht einfach nur offline da rum. Dafür, dass wir einer weniger sind. Äh, das ist auch da. Okay, nice. Dum 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 dum. Das klingt super. Okay. Okay. Ich darf nicht reingehen, also er hält relativ wenig aus. Ich muss zum... Dum dum dum. Bin ich denn? Da, sie... Oh, ich bin ich! Ich bin ich denn, ich bin ich denn. Jetzt muss ich natürlich klagladen. Ah, schade. Schade, 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 schade. Aber wir haben gewonnen. So, Bestien mag ich. Ohne Frage. Kills als Aufklärer. 16 Eliminierungen. Yo. Also Bestien ist okay. So. 16 Kills. So sechsmal gestorben. Das gefällt mir. So, wir machen mal noch eine Runde mit ihm. Ich verstehe nicht. Warte mal. Konfiguration, Geschütz. Soll ich die Saug rauszulassen. Los hier an den Reglern. Ach so, Konfigurationsgeschütz. Alles klar. Okay. Ja, der ist, ist ja in Übungsgefecht gerade. Okay, zweite Runde, würde ich mal sagen. Wir machen noch eine mit Bestien. Cool, dass wir die ganzen Skins haben. Oh, der kleine Vogel. Bestien gibt es nämlich übrigens jetzt auch als von Lego ab Dezember. Lego hat eine Kooperation mit, ja, Overwatch, mit Blizzard. Es wird wahrscheinlich auch eine Tracer geben. Es wird einen Winston geben. Es wird einen Reaper geben. Wie kann ich denn? Ach so. Keine Ahnung, wie ich sparen kann. So, dann versuchen wir es nochmal in einer zweiten Runde. Jetzt machen wir wieder Conquest. Fick dich. So nicht. So auch nicht. Alter, die natürlich von oben. Okay, der ist cool, Bestien. Das könnte ein Main von mir werden. Solange es nicht Hanso wird. Dann kommt hier die Beleidigung. Hanso Main. Hanso Main ist so, ist die... Ich müsste nur immer drauf achten, mich immer zu reparieren. Alter, ich hatte noch acht Leben. Die da oben ist heftig. Wir müssen unbedingt mal auf den Punkt drauf. Die nehmen den Punkt nämlich ein. Was gehört mir? ja wieder die von da oben alter die da oben ist ja heftig die ist ja mächtig um krasse scheiße wo ist denn die schon wieder die ist ja so heftig die alte die macht uns ja komplett alle alleine die holt uns ja komplett alleine alter schwede hier 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 Und jetzt unter freiem Himmel ist die natürlich noch mächtiger. Ähm, ich finde immer wieder so Afkala, finde ich immer so ganz geil. Vielleicht hat auch noch was an Neinstellung geändert. Die ist schon wieder der Main-Charakter. Das ist die schon wieder da oben. Alter, ist die heftig. Wir kommen nicht mal an die Zone ran. Aha. Das war aber... Ne, schade. Die sind schon wieder am Ziel dran. Ach ne, wir nehmen es ein. Wir haben es eingenommen. Das war gut, was ich gerade gemacht habe. Dass ich da so vorgestürmt bin. Und ich bin von hinten geheilt worden. Das war mega dumm, dass ich hier... Da oben, die ist schon wieder. Alter, diese dumme... Die nimmt... Ja, keine Chance gegen da... Keine Chance. Die nimmt uns oben komplett aus der Luft auseinander. Was willst du da machen? Krass. Richtig krass. Highlight des Spiels. Ach, da ist... Stirb, stirb, stirb. Ähnlich. Ähnlich. Vier erhaltene Goldmedaillen. Medaillen insgesamt. Uh. Sogar aus dem Gegnerteam habe ich, Leute. Gut, wir machen aber Feierabend. Nächste Folge gibt es mal einen Heiler. Stufe 6. Nice. Nutbox erhalten. Ich sammle die. Also, ich hoffe, wir sehen uns nächste Folge wieder. Bis dann. Ciao!